Der Ball rollt wieder, und ihr freut euch auch schon auf die Euro, dann haben wir jetzt das Richtige für euch. Wir versorgen euch mit Berichten, Umfragen und Leichtigkeit über die Taubstelle. Und dann haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch in unserem Repertoire. Nämlich Live-Analyse und Diskussionsrunden. Und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid beim Frisch-Treffpunkt-Fußball-Spezial zur UEFA Euro 2020 und wünschen der österreichischen Herrn Nationalmannschaft alles erdenklich Gute und ihrer hoffentlich sehr langen Reise durch Europa.